resident evil revolution 2 dann wollen wir mal beginnen machen wir jetzt schon noch einfacher Observer 1 Penal Kolonie es lebt noch vertrauen politikern die ihre Seele für einige Wählerstimmen verkaufen Firmenchefs die Konsumenten für den schnellen Profit betrügen vertrauen sie stattdessen uns wir stehen über der politik stets wachsam stets bereit der Gefahr die Stirn zu bieten der die übel von bioterrorismus und chemischer Kriegsführung auf man nennt uns die 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 Dienst, Frau Redfield. Wann fängt die Quälerei an? Komm schon. Wie lange sind wir Freunde? Lang genug, dass ich dich verarschen darf. Psst. Claire, kannst du mal... Was ist los, Neil? Irgendetwas geht da vor in Washington. Hast du etwas gehört? Was? Das neue Virus? Komm schon. Du weißt, Tricell ist Geschichte, oder? Hallo. Hey, ist das Burtons Kind? Ja, Moira hat heute angefangen. Aber Vorsicht, rede mit ihr besser nicht über... Sie sind ihren Vater? Aber hallo. Gefährliches Terrain. Okay. Du bist informiert. Was für Verletzungen der Privatsphäre hast du dann noch? Hey, ich beschütze nur Terrasafe. Wir haben unsere Gegner. Wie auch immer. Viel Glück beim Einleiten. Einleiten. Er ist doch kein Pferd. Ciao. Was hat er jetzt angestellt? Scheiß Barry. Egal um was ich ihn bitte. Er ist dagegen. Jedes Mal. Ich wäre nicht einmal hier, wenn ich auf ihn... Oh. Das ist natürlich nicht gut, ey. Wer hat da Stromausfall hier? Oh, der geht jetzt hier ab. Boah, fett. Boah, fett. Das ist die Schuppe. Das ist die Schuppe. Uuuh. Geil. Na, das wird bestimmt geil. Das ist die Schuppe. Warum hat sie sich geöffnet? Ich habe nichts gemacht. Na, gute Frage. Wohin wurde ich gebracht? Das ist wie ein Knast, ey. Ein bisschen umgucken hier. Oh, was? Achso. In der Lampe hätte ich gedacht, aber die Gänder. Ja, das bleibt man ganz cool hier. Keine Sorge, ich werde dich da sofort rausholen. Meure, geht's dir gut? Haben sie dir wehgetan? Claire, ich erinnere mich nur an... Hey, beruhig dich? Nein, warst du? Sei mal still, lass mich. Oh, Claire, ich will nur nach Hause. Keine Sorge, wir werden hier rauskommen. Fliehen sie aus der Annahme. Nichts hier ergibt einen Sinn. Was hat mir gemacht? Wünscht, ich wüsst es. Nein, brüllen nicht so, ey. Seht mal leise, ja. Oh. Köstlich. So abgedreht. Was glaubst du, was das mal war? Oh, Alter. Fett, Alter, ja. Gute Frage, wartet die mal. Hm. Knast. Seashow-Haus. Das kann alles mögliche sein hier. Krankenhaus. Neu. Ja, beim krassen Krankenhaus. So, da können wir hoch, da können wir nicht raus. Boah, Alter, das ist... Hast du das gehört? Ein bisschen gut, ey. Ist hier drin noch jemand? Ist hier drin noch jemand? Oh. 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 Mein Gott. Was für eine Scheiße. Ja, ist cool bleiben, ja. Scheibe könnte... Auf der anderen Seite der Scheibe muss es weitergehen. Könnte man doch einboxen, oder? Warte mal. Kann ich hier irgendwas nehmen? Was haben wir denn hier? Messer. Nützlich sein. Dann bin ich Lankenträger. Reicht doch. Damit können wir schön die Scheibe eben boxen, naja. Pistolen. Die Testpersonen finden auch die Knarre. Reden wir für die Überwachung von Testpersonen. Die Teilnahme aller Experimenten müssen stets die folgenden Regeln einhalten. Die Testpersonen müssen 20 Stunden am Tag überwacht werden. Überwachen Sie Sensoren und achten Sie auf Änderungen. Notieren Sie alle 10 Minuten den aktuellen Status. Entsaugen Sie sofort alle Testpersonen, die anzulichen von Abnommalität sein. Was ist damit die Mindreiter? Keine Ahnung. Ein bisschen Mut hier. Ich glaube, wir können da unten durchkriechen. Hilf mal, Meurer. Los! Ah, schön wie das hilft. Äh, ja. Genau. Schieb, schieb. Komm, komm. Schieb, ja, voll. Komm. Ah, der blüder Arsch, Alter. Verpiss dich, Alter. Ich weiß es nicht. Oh Gott, stimmt ja nicht. Der blüder Arsch, Alter. Aber hier ist ja noch ein Wunsch. Ich muss ja noch ein Wunsch geben. Ich muss ja auch noch ein Wunsch geben. Alter, was macht denn der mit der Ecke, ey? Oh, Pflanze, nimm mal mit. RW wusste nie, RW, ah ok. Ja, lösche mal Schirmtaschen ab, aber fisch. Lügt da hier um, was? Ah, ich muss gar nichts mehr. Das ist ein Tor. Also muss man da noch. Oh, es hat... Hör, 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 hör hier. Oh, warte, ein Sprecherpunkt. Oh, die sieht nicht gut aus. Verschwinde weiter. Nein, 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 nein! Hm. Sie war mal bei dir erzählt, ja. Geil. Ich kann den Wind draußen hören. Das muss der Weg hier raus sein. Dann müssen wir irgendwie da durch. Ja, damit zu sein wahrscheinlich. Mhm. Seid doch. Schlüssel. Boah. War doch klar. Holen Sie den Schlüssel. Ja, sehr schön. Ja. Alles klar, ey. Wüsste auch Bescheid. Diese Scheiß-Psy-Schuh-Haus hier. Wir haben noch hier alle heute am Kopf, ey. So, denke mal hier. Scheiße. Was ist das? Sendet ihr den Scheiß-Lechner, oder? Geil. Sehr schön. Hm. Keine Dokumente. Warte mal, hier können wir was aufmachen wahrscheinlich. Unser 4. Sehr schön. Oh, warte hier runter, ey. Oh, geil. Okay, da wären wir. Schlüssel ist da drüben. Oh, hier stinkt es aber. Ja, ein bisschen. Scheiße. Was ist das? Was ist denn der Scheiß-Schlüssel, oder? Na eben, ich frage ihn. Der Schlüssel ist weg. Oh, ich hab die Schlüssel doch schnell gesehen. Oh, geil. Wirst du, äh, wirst du die benutzen? Ist verlässlicher als jeder Mensch, wenn du es sagst. Der Schlüssel muss sich beim Fallen gelöst haben. Könnte überall sein. Im Dunkeln sehen wir nichts. Such mit der Lampe. Dann machen wir auf jeden Fall in der nächsten Runde weiter. Haut rein. Bis dann.